Noch ist das Ding gut bewertet. Wir sollten es mal wieder aufnehmen und damit willkommen back bei YouTubers Live! Live, live, live is live. Na, 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 na. Live is live. Okay, sorry. Ähm, wir machen mal Gameplay. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen verdammt nochmal Kohle. Uns geht's nämlich nicht gut. Wir brauchen mehr Geld. Monoausgabe. Wir brauchen eine bessere Kamera auch. Panzer-Mami. Immer noch ein komischer Name. Die deutschen Panzer rollen wie der Panzer-Mami-2-Grog. Bester Titel EU mal wieder. Weiter. Ha, dieser Lachs-Necken. Okay, ich bin bereit. Als ob ich nur Urheberrechtsschützes... Voll. Geile Sache. Gut machst du das. Urheberrechtssachen benutzen ist echt wow. Bin richtig stolz auf dich. Hust. Ha! Ha! Wie lacht der denn? Mami, du machst mir alles... Mörderischer Blick. Er freut sich viel. Erst, ja, ernster Kommentar oder ein sinnlosen Kommentar. Ich glaube, ich nehme den ernsten Kommentar. Perfekt. Professioneller Kommentar. Er freut sich so sehr, dann machen wir mal den feierlichen Schrei. Er freut sich so, dann muss das leider sein. Aufnahme. Machen wir jetzt nochmal einen kurzen Kommentar. Wir müssen ja sparen hier. Unsere Ideen gehen langsam weg. Noch mal einen professionellen Kommentar und dann machen wir am Ende nochmal hier schön in den Abspann. Geilo, perfekte Sache. Immer schneiden. Anmachen. Der braucht immer 100 Jahre. Das ist unglaublich. Ich will jetzt ungerne eigentlich das klaute Ding hier nehmen. Ähm. Was könnte passen? Das wäre ja eins, ne? Das ist doch voll Mock. Das ist total shit. Da habe ich was, was passen könnte. Habe ich was, was unten? Ah, das könnte dahin passen. Schneide das einfach wild durcheinander, ne? Weil ich es kann. Okay. Machen wir das dahin. Das dahin. Das, ey. Machen wir das urheberrechtsgeschütze shit da weg. Perfekt. Hm. Ich habe keine FX so viele da drin. Deswegen nehmen wir das mal und das und rendern das. Perfekt. Interesse ist 63. Ist okay. Ein 60 ist okay. Kann man sich gar nicht beschweren. Laden wir einen Lachs Nacken hoch. Haben wir hier? Ratschlag wütender Schrei. Nehmen wir mal den wütenden Schrei. Ich muss eigentlich mal mehr Zeug hochladen auf meinem Kanal hier, ne? Der stirbt. Der ist einfach am sterben. Einkaufen kann ich nicht. Das ist immer ein bisschen blöd. Gehe ich arbeiten, ne? Ja, was muss ich da machen? Ich gehe einfach Junior-Spiele-Entwickler machen hier. Mann, das ist doch so lächerlich. Mann, geh schneller, Junge. Ich muss mir mehr Essen kaufen. Bam, 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 bam. Der ist eh zehn Stunden weg. Der applaudet schön in der Zeit. Geil. So, dann gehen wir jetzt Essen kaufen endlich. Ha! Haben wir uns jetzt verdient. Mein Husten ist immer noch da. Hallo, Husten. Wie geht es dir? Ich hole mir ein paar Spaghetti, ein paar Burger, ein bisschen Spaghetti, ein paar Burger. Schön Limonade. Geil. 127 wollen wir uns jetzt erstmal nur essen. Du machst das. Ich gehe erstmal schlafen. Dann muss ich das nächste Video produzieren. Wobei, kann ich, gibt es irgendwas Neues eigentlich an Games? Das werden wir genauer untersuchen. Komm schon. Ich habe was cooles Neues. Mann, du brauchst immer so lange, Junge. Junge. Jo, 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 okay. Okay. Konfu Beat ist neu. Läuft da. Juni 15, das ist ganz neu. Battle Fail 2. Kaufen. Hä, sorry, ich möchte es nicht mit dir reden. Was, eine neue Konsole wurde angekündigt? Oh, nein. Ich sollte mich beeilen und was essen. Was ist denn? Habe ich nicht ganz viel Essen gekauft? Da. Geil. Am besten ist, wenn ich jetzt direkt von dem neuen Spiel ein Preview-Video mache, oder? Ich meine, es ist ja brandneu. Ja, 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 passt so, fortsetzen. Battle Fail 2. Boah, ähm, 360, ähm, scaup, ähm, now, now, 360 Tötungen, nee. 200-0 KD, bester Spieler EU. Ne? Krok. Bester Spieler EU. Warum sind meine Opponenten die ganze Zeit unzufrieden? Guckt euch diesen Smiley an, der macht mich nicht glücklich. Seid ihr auch im echten Leben unzufrieden? Schreibt es doch in die Kommentare. Ist das einfach Battlefield-Gameplay gewesen, nur zensiert? Das sah irgendwie so aus. Ernster Kommentar, hm, machen wir den ernsten Kommentar? Was machen wir denn hier? Feierlicher Schrei. Ha, ha, voll gekämpft. Da machen wir dann nochmal einen kurzen Kommentar. Darf ja nicht diese ganzen Dings verbrauchen, das ist immer doof. Professioneller Kommentar. Ja doch, nehmen wir das. Perfekt. Noch drei Stück, nee, noch zwei oder so. Jetzt hören wir den philosophischen Kommentar raus. Richtig schön was krasses. Dann den mörderischen Blick nochmal am Ende und ganz am Ende der Abspann. Perfekt. Perfekt. Würde das eigentlich ungern verwenden. Das mache ich mal weg. Läuft gerade nicht gut, ne? egal was wir machen, es passt einfach nichts. Das passt einfach nirgends vorhin. Total bescheuert. Ich will das aber nicht bohren. Ich nehme das, ich rendere das einfach so. Ich rendere das einfach so. Ist mir egal. Was soll ich denn alles nehmen an Dateien? Das versaut ja nur alles. Das versaut alles nur. Hochladen den Lex. Es geht das Gerücht um, dass du nur Videos machst, um Geld zu verdienen. Ich verweigere es natürlich. natürlich. Meine Abonnenten sind die besten. Die wissen ganz genau, dass ich die nie belügen würde. Wenn ich sage, Katja Krasovic ist cool, dann ist sie okay. Katja Krasovic und cool passt leider überhaupt nicht zusammen. Das ist das Problem. Essen, 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 was ist das Sinister irgendwas. Erst mal ein Hamburger. Oh. Wer hat dieses Video nachbearbeitet? Ich lache mich weg, so schlecht. Okay. Ich muss direkt das nächste Video machen, Leute. Direkt das nächste. Ist da irgendwas Neues? Juni 17, Juni 18, Juni 19. Sind das da? Das ist ja richtig awesome. Ich glaube ich glaube ich lade mal meine Snitch ein. Hanna komm mal rum. Wir müssen gleich ein Video aufnehmen. Du weißt welches Video ich mein. Knick knack und so. Quatsch Quatsch erstmal leidenschaftlich küssen zur Begrüßung und dann Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Da das neue Spiel. Geil. habe ich keinen Bock auf Kinoman. Wer ist mit dir aufnehmen? Dann kannst du wieder nach Hause gehen. Du Flöte. Aha. Sinister Alter Lego. Alter mag ich Lego. Ne? Also das ist ein Titel der muss passen. Gut. Komm mal ran hier. Ja spiel du mal da hinten. Ich gehe so lange hier aufnehmen. Ich mache das Duel einfach alleine. Ach Menno wie ein fröhlich. Ja geht doch pflanzlich mal hin. Erstmal eine winkende Begrüßung. Das kommt immer gut. So. Warum leuchtet das immer so? Es verlockt mich dann um es zu nehmen. Schrei mal einen lustigen Kommentar. Daraus besteht ja meine Videos. Direkt einen singenden Kommentar. Einen sarkastischen Kommentar. Ich nehme einfach das was gelb leuchtet. Ich glaube das kommt gut. Klingt so als wenn es richtig ist irgendwie. Sinnloser Kommentar. Wie? Was? X2? Mörderischer Blick ist X2. Und dann machen wir nochmal den Abspann. Ah es gibt eine neue Konsole stand gerade unten. Oh neue Konsole Leute. Jo. Erstmal rendern oder schneiden. Perfekt. Das passt. Das passt. Das passt. Hm 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 ja ok das passt nicht mehr. Ja clever das dazu die lassen das so. Wir nehmen das so machen nochmal schön das hoch ne das wird aber sehr wenig egal 130 130 nice oh oh 40 hoch hochladen schöne Sache gut dann gehen wir schlafen alter mag ich lego das wird das beste video der welt erinnere dich daran dass die hann direkt um die ecke ist warum ist sie um die ecke wartet die auf mich playstation 103 millionen ich nehme mal ratschlag ok wieder mein pc danke konsolen honey playstation 3 da wir kaufen wir uns die direkt oder klar man scheiß aufs geld schön jetzt haben wir die brandneue konsole haben wir wieder kein geld um die die wohnung zu bezahlen wahrscheinlich war nicht genug ah kann ich dafür jetzt spiele kaufen ich meine ich habe ja noch gar keins ich habe ja kein einziges spiel für diese konsole erst essen und dann einkaufen schön spaghetti reinschaufeln läuft man 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 komm schon komm schon PS 2 2 2 2 oh PS 3 kaufen ok ok baby 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 baller wir müssen jetzt unbedingt das neue spiel together hey kleiner ich bin ein straßenverkäufer ich passe geh weg ich brauch nix gemeinschaftsprojekt aufnehmen und so so ist dieses brandneue supergeile PS3 spiel ja nehmen wir so wonderos was rollerball ich liebe harry potter keine ahnung das sah auf dem bild aus wie ein quidditch fällt rutsch mal ich will PS 3 spielen alde ok mit ihr zusammen aber wiegt ne begrüßung in meine fans ok erstiger kommentar ach nein das war falsch wir das nehmen sollen oder immer das was gelb leuchtet oder hab ich das gefühl ach man irgendwann find ich das noch heraus da ist ein zahnrad ich hab kein zahnrad kommentar verdammt ach man dann nehme ich halt das auch wenn das nicht passt ah das passt schön machen wir eine verabschiedung nochmal das freut die leute und weiter globaler wie ich aufstehe wie ein pro wie wir haben 200.000 abonnenten geil bin ich jetzt youtube star mama das passt damit das passt nee stopp verdammt 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 das ist das ende das ist der anfang ich glaube so wäre das ein gutes video das glaube ich wirklich nehmen wir das machen wir nochmal schön ein bisschen was da rein nochmal farbe zuordnen läuft 156 das ist nice neues level hochladen komm dann hoch das video ich glaube ich gehe nochmal arbeiten danach ich muss erst schlafen jetzt darf ich arbeiten ich gehe verkäufern ich gehe verkäufern ich gehe verkäufern machen digga verkäufer schön ich würde aber sagen ich muss den pc reparieren nicht ganz vergessen schnell reparieren sie ihn mister es ist hochgeladen aha wenn diese person über ist mit batman videos von sind echt unglaublich interessant ich weiß sind ja auch die besten videos der welt die ich mache sollte man ja eigentlich wissen nice sache ich würde aber sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder von youtubers live bis dann und danke fürs zusehen ciao mit oh 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 oh